...mal eine Polackenfreundin, die war unglaublich dämlich. Oh, tu das nicht mal. Julie Kapowaski, sie war die dämlichste Frau, die ich je kennengelernt habe. Sie glaubte, dass schwarze Kühe... ...das schwarze Kühe Kakao geben. Ich denke, es ist besser, wenn Sie und Betty alleine... Warum nehmen Sie nicht mein gekleltes Hähnchen? Schneiden Sie es in kleine Stücke und verschlingen Sie es. Darin scheinen Sie ja sehr gut zu sein. Oh. Theresa. Ich hatte noch nie einen Streit. Ich habe noch nie solche Sachen zu irgendjemandem gesagt. Ich habe das Gefühl, ich müsste mich übergeben. Atme tief, einmal geht es dir besser.